Hallöchen! Wir sind heute bei der Lisa zusammen und wir haben uns gedacht, wir möchten auf Zeit schminken. Ja, wir haben gesagt, wir haben fünf Minuten Zeit und wir versuchen uns in dieser Zeit zu schminken. Wir haben uns hier schon Sachen hingelegt, wie beispielsweise Make-up, Blush, Highlighter, Lidschatten, Mascara, Lippenstift. Eigentlich so alles, was man so im Alltag nimmt. Und ich hoffe, dass wir das in fünf Minuten schaffen werden. Ich glaube, fünf Minuten sind schon kurz. Ja, aber drei sind noch kürzer und drei hätte ich doch nicht geschafft. Aber wenn wir das schaffen, könnte man eigentlich auch mal länger schlafen morgens. Wenn man weiß, man schafft sowieso in fünf Minuten. Ich trödel immer so gern mal rum. Ich komme immer auf über eine Viertelstunde oder so. Also, ja, ich mache ihn mal in Hause und dann trinke ich noch mal Kaffee. Ja, genau. Aber dafür haben wir heute keine Zeit, ne? Nee. Fünf Minuten. Wir versuchen es jetzt endlich mal. Ja. Möchtest du Sachen aufmachen vorher? Machen wir vorher Sachen auf oder lassen wir alles zu? Lassen es zu. Aber das muss aufbleiben. Jetzt habe ich keinen Spiegel. Genau. Okay. Auf los geht's los. Ja. Ist der denn laut, dass wir das Ende hören? So, fünf Minuten haben wir dran und ich schnapp mir schon mal. Ich auch. Auf geht's. Los. Okay. Alles klar. Ach ja. Ich muss jetzt mal Pinsel suchen. Hier. Ah. Viel zu viel. Ich habe ihn hier eingecremt. Ja, ich auch nicht. Na ja. Ich habe keine Hektik am frühen Morgen. Aber echt. Wenn nicht, sonst scheint die Sonne, ne? Ja. Oh Mann, ich habe viel zu viel hier auch erwischt. Das ist jetzt erstmal egal. Darum geht's nicht. Für Produkte benennen haben wir jetzt leider keine Zeit. Nee. Es tut mir so leid. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir es in die Infobox. Ja. Infobab. Ach, du weißt ja auch. Was ich sagen will. So. So, wenn sie da. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich war da vorhin in einer anderen Farbe. Vier Minuten haben wir jetzt. Ach, was erst. Also es ist eine um. Ja. Eine haben wir jetzt. Jawohl. Ja, wir haben eigentlich gesagt, wir wollen ein Alltags-Make-up machen, ne? Mhm. Ich glaube, alles andere ist ein bisschen zu aufwendig. Natürlich jetzt auch eine reine Definitionssache, ne? Ja, bitte. So. Eigentlich kann man da anders machen. In fünf Minuten. Ne. Ja, mit fremden Pinseln ist er auch ein bisschen kristallisch schwierig. Ich benutze die Storm-Palette, die ich nicht habe, aber die so schön ist. Ganz sleek. Wie viel? Noch drei Minuten, ne? Ja. Oh Gott. Ich weiß, dass man hier ein bisschen Gesicht in... Ich halte mich hier gerade viel zu lange an den Augen auf. Schluss jetzt. So, also für Wimpern biegen ist jetzt auch keine Zeit. Ich finde die Miss Manga-Mascara übrigens echt nicht schlecht, aber ich finde die auch sehr flüssig. Also, ich hoffe, dass die mal ein bisschen einfacher wird. Aber ich liebe Eugel ja auch schon mit Dernse. Vor allem gibt es ja andere in anderen Farben. Die gibt es so in blau und in grün. Ach. Jetzt fühle ich hier in meiner Sehnsucht. Geil, ich habe keine Base. Ich auch nicht. Ist mir aber auch schon erst dann aufgefallen. Man, aber ich brauche ja immer eine. Ein Augenbein. Zwei Minuten. Hat er so'n gar nicht im Bild, ne? Naja. Ich auch. Ich kann zum Schlafen. Anderthal Minuten noch. Aaaaaaah. Ganz. Ich nehme jetzt mal so'n kleiner. Nee, nee. Oh, man muss ein bisschen angedeutet. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Ich muss aber noch mit diesem Produkt dranholen. Ja, komm. Die Röte heute ein bisschen feig. Ui, ui, ui. Ja, jetzt finde ich mich gerade von dem Pinsel nämlich. Einfach dir so. Wuh. Du bist runtergefallen. Scheiße. Die Pinsel sind auch dreckig vom Blindschminkenteck übrigens alle. So fast. Ich hab kein Pinsel für den Highlighter. Moment, ich will. Jetzt hab ich schon den Eyeliner gemacht und noch nicht mal eine Lidfarbe drückt. 35 Sekunden. Hab ich was da eigentlich lebt? Oh, die Scharzen. Eine Mascara. Passt das jetzt, das zu zeigen, wie ich Lippenstift auftreibe? Mhm. So. 15 Sekunden. Was kann man denn da noch verbessern in der Zeit? Oh nein, das war ein Fail. Ich hab mir jetzt gedacht, ich mach erstmal ein ganz bisschen Nude. Eine Sekunde. Fertig. Bist auch fertig geworden. Sehr schön. Ja, ich finde, das kann man machen, oder? Schön. So. Die Stau-Palette ist voll toll. Ja, da ist ein bisschen mehr als da. Fünf Minuten checken. Yes. Total gut. Mit der Dusche muss ich noch ein bisschen trocknen. Ja. Aber so das Gröbste. Haben wir geschafft, glaube ich. Am Morgen ist das immer zu stressig, glaube ich. Ja, nee, das weiß ich mir ja auch noch nicht richtig. Wie schnell werdet ihr denn eigentlich so fällig? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Wenn ihr Zeit habt und wenn ihr keine Zeit habt. Also was ist das Minimum an Zeit, das ihr braucht? Jo. Ich glaube, mein Minimum ist... Es kommt drauf an, zählt dazu auch Duschen und sowas? Ui. Duschen ist ja eigentlich... Nee, Duschen ist raus. Zehn Minuten schon. Zehn Minuten, glaube ich, glaube ich auch. Aber ich trage auch jeden Tag immer Foundation und Concealer und so. Ja, Foundation ich mittlerweile auch, aber Concealer nicht. Aber jetzt hast du keine drauf, ne? Doch. Okay. Hat Denise ja nicht auf den Kopf gemacht. Wir haben doch am Anfang beide zurückgemacht. Oh nein. Man macht ja nichts. Ja. Gut. Ja, war auf jeden Fall lustig. Und ich habe mir hier mehr Sachen hingelegt, als ich brauchte. Ich wollte ja eigentlich noch so ein bisschen eventuell konturieren oder sowas. Oder bronzen. Dafür hat es mir dann nie mehr gereicht. Ich habe gerade alle im Stütteln bekommen. Ja. Ja. Ich habe zum Glück eigentlich alles geschafft. Ich hätte noch gerne die Wimpern gebogen, aber dafür war keine Zeit. Nee, das ist mir eine halbe Minute länger, ne? Ja. Ja. Ja, vielen Dank trotzdem fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ja, das habe ich auch. Und wir haben noch einige andere Videos gedreht. Genau. Und drehen noch oder so. Genau. Mal gucken. Also schaut auf jeden Fall auf dem... Auf unseren Kanälen. Wir wissen noch nicht genau, wo wir es hoch sind. Ja. Ist auf jeden Fall alles in den Infos, ne? Ja. Ja. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.